Ist das da? Eps So, so, hier Es hat auch gleich Guten Tag Wie geschehen Haben wir hier das Jägerlager Ob es da erlückt Köst Vielleicht, oh nein Da gibt's ne Köst Gepriesen sei sich Ich zog mit, rettet meine Wir sind es gewohnt, Aufträge Rettet die Gildenjägerin Vor den Spinnen Muss ich jetzt in der Höhle da rein Will ich wieder drei Leute retten? Jagd im Schammer zusammen Wir kommen schon da Platz, oder? Der Inventar ist voll Müsste ich wohl mal wieder zu ner Back Trödel 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 Hm Werth war mal wie schwer das ist, oder? Ne, werth war mal wieviel Das wert ist Genau Oder war wert wie schwer das ist Oder war wert wie schwer das ist Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Gucken wir mal, warte Wenn ich hier Ein Stück Insektchen zerstöre Und den auch füllen Wenn es nur eins Ein Platz Dann hab ich keine Ahnung Kann ich hier noch verkaufen Kann ich hier noch verkaufen Die Stadt wäre relativ weit Ah, ich hab hier irgendwas gefunden Ah, ich hab hier irgendwas gefunden Die Einhandwaffe Den Bogen krieg ich scheinbar eh nichts Soll ich vielleicht den Geschenk bekommen Dann kann ich den mal Oh, dann kann man wahrscheinlich auseinander nehmen So, wir nehmen hier so ein Schön Das hier brauchen wir auf jeden Fall Bestellen Die Sandalen auch nicht Das war ja das, was man standardmäßig anhatte Und das kann ich jetzt anlegen Noch irgendwas Das ist Ja, reicht doch So soll ich erstmal, oder? Ich guck mal mal Bäh Okay Was ist jetzt hier? Der Korn zerstört Schimmt keine Spinner aus, weißt du? Ich wusste Wie heute geht es Ich denke mal bei solche Dinger sind halt Instanzierte Dungeons, aber Scheinbar nicht Scheinbar nicht Hm, die Spinnen Und sehr gut, dass die hier vorclearen Ich hab Stauben Ich hab' auch noch eins Was das keiner gesehen hat Ich hab' bisher noch keinen gelogen Noch eins, oder? Ausdauer Ausdauer Das hier ist ein Schurke Das hier ist ein Schurke Das hier ist ein Schurke Ich hab' wahrscheinlich keinen Platz Ich hab' auch gerade eine Errungenschaft Wertpünter Ja Anyone found where Bleak Rocks see me Ist das Ich bin wieder voll jetzt bestimmt, oder? Das hab' ich gerade gefunden Am Schien Bitte Bezieht Bezieht Kosten von Spring Was war das andere? Schatzkarte 1 Nötfels Ach, da sagt er mir Wo ich einen Schatz finde, oder? Hast du? Auf jeden Fall Unter einer Brücke Vier Bäume auf einer Seite stehen Mit dem Großer Auf der anderen Seite Das ist ganz cool Ich wusste ich noch gar nicht Soll ich mal suchen gehen Dinventar soll auch irgendwo loswerden Dann schmeißt es noch den Bogen weg Ah ne, der Bogen ist echt durch Kann man ja vielleicht noch auseinandernehmen Und die ganzen Tränke Ich hab' auch Erhöht mein maximales Lügen Für 6 5 35 Minuten 6 5 Sekunden Das war so 5 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 6 7 7 9 10 12 12 12 12 12 7 8 10 11 14 12 14 135 15 15 25 15 14 15 15 15 eigentlich mit die wirkt dauer aller fähigkeiten zehn prozent das ist ein glückte aus dass hier länger hält der standard aus oder die rüstung schwach wird mir immer noch nur rüstung jetzt mit dem griff lebensweg was macht das denn Füllt einen weiteren Seelenstein, stellt zusätzlich Leben, Magika und Ausdauer wieder her, falls das Ziel während der Notausch. Ich habe ihn glaube ich gar nicht. Aber doch, gerade habe ich einen Seelenstein gefunden, glaube ich sogar. Ein Schüchtern, das war ja auch irgendwie sowas. Hm, ich bin ja Joriske. Nein, doch da. Ihr blickt heute in der Welt vielleicht. Nee, nee, nee. Ich würde euch immer noch was Passives nehmen. Ich wusste nicht was. Was ist hier ein doofes Passives? Oh, soll ich immer mehr Rüstung nehmen? Aber ich habe eigentlich auch schon genug, was Magika kostet. Hm. Ganz leicht, sich zu entscheiden. Ich nehme jetzt was Passives nehmen. Na, war das so? Ich muss noch mal wohnen, habe ich überhaupt noch einen Platz? Ich muss noch mal eine Buff-Foot. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob er mehr reißen kann. Hat das gerade auch ausdauerbar? Ich weiß gar nicht, sieht man überhaupt da unten seine Buffs. Warum denn auch da? Da war's wahrscheinlich dasselbe. Ja. ich habe schlecht keinen Platz mehr, ne, durch den Panzer. Wird auch geil. Weil mit Sachen, die stacken, auch nicht ganz zu viel, sowieso. Keine Ahnung. Äh, vor allemal. Mitten jetzt auch die Brücke suchen, ne? Lass auch hier auf der letzte Tür. Auf die Karte. Lass die Karte da. Okay, das führt doch nicht über... Wasser, weil sie ist im Schnee, normal. Das ist eine Menge. Nein, oder? Ohne, da wäre eine. Da habe ich so viele, weil mir die hier auch sieht. Da sehe ich nur die eine da, oder? Das müsste theoretisch die. Das muss ich nicht mal verkaufen nehmen. Das muss ich nicht mal verkaufen nehmen. Das muss ich nicht mal verkaufen nehmen. Umst Empfiegel. Das ist Schiff zu kaufen und算ere. Das wir auch eine neue Quest zu vielleicht, die durch die Akademie müssen. Auch die neue Quest zu ehrlich, die durch die Akademie müssen. das war das jetzt musste man noch platz wir haben wir erst mal die stadt und dann komme ich wieder wo das doch das hier ein großer ich darf noch platz mal gucken Ach, ich soll noch mal ruhen. Eindeutig zu wenig. Kommerkter Welt. Na klar, ist das wieder ein Koste. Er muss das halt auch weg. War das einer? Das ist hier der Schatz, oder? Super, schon mehr Platz. Wo ich irgendwie die Kiste verliere. Ich muss das Schweinefleisch auch noch dran glauben. Axt. Und das auch einhändig. Ich kann ja einfach mal zum Spaß mal... ...nein ergänfen. Und zwar während wir mal in die Stadt verkaufen gehen. Zelt. Obwohl ich jetzt verkaufen gehe. Dann... Aber ich wollte dir auch einen Zauber. ...und zwar nicht mehr... ...zueinander... ...ja... ...und zwar nicht mehr... ...zueinander... ...ja... ...hm... 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 ...mhm... ...und zwar... ...und zwar... ...ja... ...wie sonst immer 50 jetzt gekostet worden. Aber das 5.000. Keine Ahnung. Wir schauen jetzt einmal mal... ...ich baut jetzt erstmal... ...direkt in die Hauptstadt. ...und da hin. Dann gehen wir mal verkaufen... ...und... ...austenländer... ...bauen... ...und Inventar... ...erhöhen. ...und dann... ...weil die. ...und eher... ...da... ...und dann sind die drüben. ...da... ...äh... ...und dann... ...und dann bin ich... ...und dann bin ich nur mit dem... ...hier. alle meine taschen bestehen aus echtem auerhochsen leder aus himmelssohn auch noch 414 Plätze alle meine Taschen bestehen aus echtem auerhochsen leder aus wir sollen auf jeden Fall war da nicht gezeugt die zwei ich muss den Rest weg und zwar wäre das dann der hier ich könnte auch mit einer da habe ich eine Zweihandfähigkeit genommen ja das Anstür das würde ja dann glaub ich nicht mehr gehen na kann ich ja nicht das meint egal ich bleib bei Zweihand egal willkommen in Narwins Arcanem Emporium schön dass ihr uns gefunden habt mit Unus meine ich mich denn ein Magier braucht niemanden nur seinen Verstand und gute Ausrüstung und jeder Magier weiß dass man die beste Ausrüstung bei Narwin bekommt rede ich euch zu schnell die dass man die 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 Und jetzt kommt er weg der Möhe. Um 1. hier schon um 6 du hast das maximale ist, das ist Regeneration kannst du da haben ich kann jetzt die E-Mail hier mit oder hat eh gar nichts gebracht, na egal die Beutchen mal auseinander nehmen, gucken wir mal wo war das denn irgendwo beim Crafting, ne? da konnte man irgendwo verwerten das war hier ist das hier das war hier das war hier das war hier das war hier Bis zum nächsten Mal.